I'm waking up, I feel it in my bones, come to make my system grow, welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age, to the new age, to the new age. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. So, joa, mittlerweile jetzt schon der dritte Versuch den wir gestartet haben, ja, aber als allererstes begrüße ich noch jemanden der hinter mir hinterher fährt, der Manuel, genau, jetzt schon zum zweiten Mal probieren wir das hier, und, joa, wir sind gerade auf dem Weg nach Metz und ihr und ihr dürft uns natürlich begleiten und ich gehe davon aus, dass es jetzt mal ohne Absturz funktioniert. Kommst du hinterher? Ja. Du müsstest ja eigentlich schneller hinterher kommen, wie ich? Ich fahr nur ein wenig Abstand, falls irgendwie ein Rundfall passiert, weil... Ja, wir haben alle total schaden, ne? Ja, das stimmt. Joa. Auf dem Weg nach Metz. Mit einem Scania, mit zwei Stück sogar, dieselben sogar. Ja, nur in eine andere Farbe. Ja, ich habe einen blauen, weil es ein blaues war, nicht ein Glückspapel. Äh, ich dachte eben schon, jetzt stört das Spiel wieder ab, weil ich eben kurz ein ganz kurzes Standbild hatte. Das passiert mir auch öfter. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen langsamer fahren, weil wir jetzt an eine Grenze kommen, wo man auch bezahlen muss. Oh, da muss ich schon mal einen Leergang reinlegen. Dann lasse ich ihn jetzt ausrollen, weil dann noch mal vor wenigstens, weil ich bin sehr spätfahren. Ich fahr neben dir dran, okay? Ja. Vorhin bin ich da... Naja, das sag ich jetzt mal lieber nicht. Vorhin bin ich etwas zu schnell gefahren. Da ist er, der Mami hier. Da ist er ja. Da ist er ja. Gucken wir mal eben einmal auf den Fenster. Komm. Ich hätte gerade gedacht, die Schranke ist nicht auf die... ...bei mir so aufge... Das sieht es auch so cool, was im Hintergrund läuft. Ja. Das geht ja mal richtig nice ab. Joa, wir sind heute mal nur zu zweit unterwegs. Da die anderen machen was anderes. Und wir beide haben gedacht, wir gehen mal... ...wir fahren einfach mal die Autobahn. Das wollte ich auch ganz gut sagen. Normalerweise hätte ich schon lange da sein müssen... ...mit meine Fracht, aber... ...gut. ein bisschen verspätet leider haben sie auch zufrieden sein dass sie ankommt sag ich immer ja ja das kommt weil ich äh gestern hatte ich auch schon vor gehabt gestern wollte ich eigentlich die Tour schon aufnehmen aber äh da hatten wir ein kleines Problem da ist auch der Server abgeschmiert das Spiel das Spiel naja das ist ja auch ein Server wo wir gerade drauf sind ja heute scheint es ja mal zu klappen ich hoffe es ist auch schon gut bis jetzt läuft es also gut außer den kleinen Backen es läuft läuft bei uns ja ja das läuft unsere Räder leider ist es natürlich so dass es schneit schneit oder Regen Regen glaube ich bei mir schneit es weil ich diesen achso ja dann ist es bei mir auch Schnee weil ja das war letztes mal genauso Mannheim ja wir müssen aber gerade aus ja wir müssen aber gerade aus 70 ach das ist ja nicht was das ist gleich sind wir gleich da müssen wir sogar dann können wir uns ja noch einen Auftrag suchen wo wir dann oder ich ich weiß nicht oder du dann fahr ich dir hinterher leer oder was oder ich nehme einfach einen Auftrag mit und fahre hinterher kann ja auch mal eigentlich im gangfesten gerade mit dem letzten Achtung bremsen es kommt nämlich ein wieder eine Schranke oh Maut ein Gang raus dann rollt er oh das passt jetzt bei dir geht die Schranke zwar hoch aber wenn ich nach draußen gucke und sehe dich da dann geht sie nicht hoch bei Druck bei Druck ja dann wollen wir mal sehen dass wir auch mit dem neuen Fan den wir jetzt haben den wir bei unserem Server haben dass wir da auch weiterhin Aufnahmen wenn ich auf jeden Fall mit dem Fendt 1050 machen oh das gewittert Sausage da hat das war englisch das heißt Wurst Sausage oh wir müssen gleich runter wir müssen gleich runter wir müssen gleich die Autobahn verlassen hier der Landstraße fahren warte mal ist das hier schon? ne das ist verkehrt gerade in Osnach Luxemburg jetzt muss noch eine weiter sein jetzt muss noch eine weiter sein jetzt muss noch eine weiter sein da sind wir bei den Metz ja und wie gesagt den Fendt 1050 es wurde mich auch schon gefragt wo haben wir den her? ja ich würde sagen na den haben wir ja den haben wir einfach den haben wir selbst gebaut er bleibt mitten auf der Autobahn stehen lol ne oder pennt er ich weiß ja nicht ja der schläft bestimmt er macht bestimmt Pause und ja war jetzt der erste den wo ich auf dem Server immerhin hatte wie sieht der denn immerhin? ob ja ob man den haben kann also bis jetzt ist er noch privat privat wir müssen hier runter ja wir müssen hier sogar runter aha ja auch Autobahn ne ne es ist nur ne Schnellstraße glaube ich oder was wie ne Tagente nennt man das jetzt darf man auch nur 70 fahren jetzt ich mal lieber einen 7. Gang rein aber ja also wir müssen mal gucken ob 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 der Aufenthalt in Metz ja wohl unglaublich also ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren hier beim Fahren sonst wird das nichts hehehe hehehe das war ne kleine Stadt joa die sind nie so groß ja für uns schalten sie extra die Ampel grün ne hehehe ja jetzt wird sie rot jetzt wird sie rot 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 hast du zu wenig bezahlt Volk hast du zu wenig bezahlt Volk hast du zu wenig bezahlt Volk das Glied ist einfach so geil hier na schalte um du Gass wir wollen los wir wollen die Alla machen oh schalte um Ampel hier kommt keiner ja oder muss ich nach oben die Ecke wegen uns ach jetzt sie jetzt sie jetzt ich muss gleich da rüber soll ich dann hier auf der Straße stehen bleiben weil ich glaube da ist nicht so besonders viel Platz nicht so schnell ich glaube da ist es die 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 ein andy kommt hinter glaube ich ein netter andy meinst du er ist nett ja ja also fahrend oder nett wo hast denn du eigentlich deinen vier mensch hannover ich werde mir dann in hamburg in hannover ja in hamburg hannover noch eine garage zulegen und wer spielt jetzt ja super jetzt kommt noch einer rein falk hat falk hat ja so gesagt 0 euro eingenommen lach einfach daran dass das gestern alles abgestürzt ist ja aber nein ja gut abgehen ja genau abgehen wollen wir jetzt so leer fahren oder wollen wir solchen einigen sie erst schlafen naja dann ist ja auch erst schlafen ja ich auch na gut gehen wir eine runde schlafen fahren wir zur werkstatt oder würde ich sagen ich will mal schlafen dann weil es ja ok ist er schon hier hinterher fischen falk ich komm mal warte ach so ja hier kommt der herrschen falk weil er will ich hier mit dem einen rat nur auf der bord steigen kann ich nicht ach shit du warte mal ich fahr mal ein stück vor bin ich dir rein gefahren oder hat das noch gepasst hat noch gepasst oh zum glück ey ich habe voll breit gebremst ich habe eben das pedal ey das war das immer so wegrutscht ich habe keinen schaden bekommen mach dir keine sorgen mein lkw hat keinen schaden ne deshalb machen wir keine sorgen ob ich dir rein gefahren bin allgemein so Ah! 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 War hier grün? Oh! Bei mir war oh! Ja Muss mal irgendwo warten, weil ich muss kommen Bei mir ist ähh Irgendwie hab ich grad voll die Ampel übersehen Ja, das glaub ich dir Kann hier überhaupt schlafen? Bist du dir sicher? Jaja, kann man Kann man Ja Warte mal, hier kam was Warte mal, wollen wir mal ein Stückchen zurück? Warte mal, hier kam was, warte mal ein Stückchen zurück Warte mal, hier kam was, warte mal ein Stückchen zurück Irgendwie blöd mit diesem Weihnachts-Add-On da Irgendwie blöd mit diesem Weihnachts-Add-On da Da sieht man nicht, wo diese Parkplätze sind Das sieht man nicht, wo diese Parkplätze sind Also ich seh's nicht, ich weiß nicht, ob's Wald sieht oder so Wie was denn? Ah hier Die Parkplätze liegen dem Weihnachts-Add-On da Ah, ausmach Häh? Ich bin im Moment nicht müde, wie kann das sein? Aber ich kann keine Aufträge annehmen Häh? Geh mal auf F6 Häh? Muss ich mal gucken Mühe mal noch mal gucken Dass wir irgendwo doch noch ein Auftrag hier Nee, krieg ich nicht Kein Auftrag? Nee, kein Auftrag Krieg auch kein Auftrag Warte mal, ich fahr mal Das ist ja lustig Egal wo ich hingehe Ich kriege keine Auftrag LOL Jo, dann würde ich sagen Oder Wollen wir mal kurz bei der Spedition gucken Weil ich glaub das buggt noch ein bisschen Ja, fahr mal vorweg Aufträgen suchen Ich kann ja mal gucken, ob welche zu Ich kann ja noch da Ich kann ja noch mal Ich kann ja auch mal Ich kann ja noch mal Das es bei den einzelnen Expeditionen dann Aufträge gibt. Fahr doch mal da vorne! Hüt Hüt Hüt! PA mach los! Ja, hier waren wir ja eben, ne? Ja, das kann sein, dass hier noch welche sind. Ach so. Ja, hier sind noch welche. Ah! Ja, das kommt, weil ich noch nicht drauf bin auf den Dings. Es wäre gut, wenn du nur ein Stück vorfahren würdest. Ich? Ja, ja, du musst vorfahren, sonst kann ich nicht... Sonst ist eine Kuh hier drinne bis jetzt. Oh, ist noch. Bestimmt der Silbe. Weil zuerst da ist, mal zuerst, oder was? Was sollen wir nehmen? Hast du einen, oder was? Was nimmst du denn für einen? Ja, ich hab diesen, ich hab nur einen, ich kann nur einen nehmen. Welchen hast du denn jetzt geteilt? Ja, irgendein Plananzug. Tandem. Äh, Tandem sag ich schon. Ja, der wird mir jetzt gerade geklaut, oder was? Jetzt mal ohne Witz, oder was? Das ist ja bloß. Der Tomatenbeladen. Der Tomatenbeladen. Der Tomatenbeladen. Ich muss jetzt auch das hier. Fisch, auf jeden Fall. Ich muss, ja, wo, wo musst du denn hin? Ich müsste jetzt nach Richtung Köln. Ach so, dann fahre ich dir noch. Du kannst aber auch gerne vorweg fahren, dann fahre ich dir hinterher, ist egal. Also, dass ich jetzt einen Auftrag fahre. Genau, dass du deinen Auftrag fährst. Dann nehme ich einen Auftrag. Ja, wenn du einen hast jetzt, ich weiß es ja nicht. Ja, im Metz nach Mannheim. Ja, dann machen wir dazu. Ey, sag mal, was ist denn hier los, ey? Was ist denn da hinten los? Alter, voll der Stau hier, ey. Los raus, runter hier, Falk. Runter hier. Los, runter hier. So, ich warte draußen auf dich, ja? Was ist auf, ich fahre nen' saulang, ne? Ich bin da hinten im Lang, der wo gerade rauskommt. Ja, ich warte auf dich. Bist du, wo bist du denn? Ach da. Fahr voraus, okay? Ja, ja, fahr mal. Ich komm dir hinterher. Oh, damit kennen wir uns auch schon aus mit dem Zug. Oh, jetzt bin ich glaube ich über Rote Ampel gefahren. Egal. Mit dem langen, wo ich hab? Gleich erst mal Strafe. Falk musste Strafe bezahlen. Jetzt. Der ist nämlich so lang und schwer. Ja. Mal Gas geben, dass ich noch mit über die grünen Ampeln komme. Ja, meine lieben Freunde. Der Sonne, so ist das hier bei uns im Betrieb Lohnunternehmen Görries. Was? Warum kackt denn meiner ab? Ach! Schauernd, mein LKB. Der hat, ähm... Oh, ne, jetzt schaff ich's nicht mehr. Ich muss warten. Warte, ich warte auf dich. Ich bin nicht besser als du. Ich quatsch nur für Mist. Auch wenn ich manchmal tue, als wärst du nur ein Taube nichts. Manchmal hab ich kein Plan, doch tue es so als ob. Und wenn dann alles doch nicht klappt, merkst du merkst du im Kopf. Ich mach dich manchmal an, wenn du nichts dafür kannst. Ja. Wenn gleich grün ist, kann ich fahren. Wenn grün ist. Ja. Du kannst Gas gehen. Ein Blinker natürlich raus. Hast du selber Schaltung oder was? Schalt's selber, ne? Ja. Am Lenkrad. Ich hab da richtig wie mein KW eine Schaltung. Ja, ja. Ich hab das mal heute umgestellt. Auf Automatik. Damit dieses Geklickere, das habt ihr bestimmt schon alle gehört. Das klickert immer, wenn ich schalte. Da ist halt meine Meinung. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es eventuell stört. Weil wenn es stört, dann muss ich ihn mal auf Automatik schalten. Weil das klickert ja doch ganz schön laut. Ich hab das selber mitbekommen. Joa. Boah, ich komm mit dem Berg nicht hoch so. Aber damit kennt sich der Falk ja immer gut aus. Mit dem Berg nicht hochfahren. Oder nicht hochkommen. Das heißt ja. Wollte ich mal auf dir warten? Ne, ne, fahr mal. Ich komm schon hinterher. Wenn der LKW erstmal ein Schwung ist, dann geht's auch. Falk kann sich ja noch keinen neuen kaufen. Dafür reicht das Geld leider noch nicht. Beziehungsweise das Geld würde schon reichen, aber... Bruder Brett, 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 Titi, Titi, Bruder Brett. Siehst du mich? Ja, ja, ich seh den. Dann müssen wir runter. Da ist das Navier. Ja. So, ich würde auch sagen, wir müssen auch gleich schon wieder Schluss machen. Im LPT. Im LPT. Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Joa, ne, so machen wir das, ne. Joa. Hinten Gang. Und weiter jetzt. Da ist die schwer die Ladung. Ja, meine auch ey. Wir müssen rüber. Da rief. Wohin? Ja, rüber. Die Spur wechseln. Achso, du machst das immer so. Okay. Bis zum Ende durchfahren und dann rüber. Ich häng dir fast im Hintern. Was machst du denn jetzt? Willst du anhalten oder was? Nein, ich fahr nur. Achso. Achso, das ist ja zweispurtig. Das ist immer blöd mit dem Deck. Da kann man nicht so die Spuren sehen. Der Sonne ist nicht nah. Oh, hier kommt ein Auto, okay? So. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier durch sind. Wir fahren mal da rüber. Guck mal hier rüber gefahren. Ja, auf dem Park Lott. Erstmal rausfahren. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute erstmal wieder hier mit dem ETS 2. Mit dem Falk124 und mit dem Manu ETS 2. Das zischt? Ja? Und so, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten L.P.T. mit LS15. Und ja, sagen mal... Tschüss! Tschüss! Tschüss, Freunde. Ich habe dich werfenkt. Hurra! Tür schaue!